3G mit Uli Gerhard Liebe Zuschauer von München TV, ich begrüße Sie ganz herzlich bei 3G und diejenigen, die meine Sendung intensiv und regelmäßig sehen, werden sich wundern, wieso kommt der da mit dem Opel Adam an? Den habe ich doch schon mal gesehen, richtig. Im Mai vergangenen Jahres habe ich Ihnen kurz vorgestellt, war der relativ neu am Markt, aber da dieser Opel Adam, Adam, habe ich mich damals schon darüber aufgeregt, dass man nicht sagt Adam, sondern die Marketingleute haben ja alles gerne Englisch-like, das ist nämlich Adam Opel, daher kommt der Name Adam bzw. Opel Adam, egal. Der Opel Adam spielt für die Firma Opel eine ganz, ganz große Rolle. Opel hat riesige Imageprobleme in der Vergangenheit gehabt, dadurch, dass immer wieder darüber diskutiert wird, ob die Mutter in Amerika, General Motors, dieses Unternehmen sterben lässt, verkauft, was auch immer, hat natürlich viele Verkäufer verunsichert. Zum anderen hat Opel irgendwo den Trend ein bisschen verpennt, man hat also am Image nicht genug getan und während zum Beispiel Audi es geschafft hat, von diesem Image Hut- und Hosenträger wegzukommen und heute extrem sportliche Autos baut und das auch bei dem potenziellen Käufer in den Kopf gegangen ist, ist bei Opel immer noch so ein bisschen Spießigkeit, Bravheit, Biederkeit, was auch immer. Und mit dem Adam ist man nun ganz brutal einen anderen Weg gemacht, ein extra, extrem Lifestyle-Auto. Lifestyle ist ja heute der Begriff, der immer wieder benutzt wird und vorgemacht hat das Fiat mit dem Cinquecento, ein absolutes Lifestyle-Auto und Mini sowieso. Diese beiden hat man natürlich im Hinterkopf gehabt und hat den Opel Adam konstruiert und zum Lifestyle gehört zum Beispiel, dass Sie dieses Auto extrem individualisieren können. Das heißt, wenn Sie sich mit der Preisliste beschäftigen, da brauchen Sie wirklich Hilfe, weil Sie können so unendlich viele Details für sich persönlich abstimmen. Ob das jetzt ein roter Streifen auf den Felgen ist, ob das ein besonderes Lenkrad ist, ob es ein besonderes Innendeko ist, eine besondere Farbkombination und, und, und. Das ist irre, aber das macht natürlich vielen Leuten Spaß, weil sie sagen, das ist mein Auto und das ist fast ein Unikat, weil es kaum jemanden gibt, der es genauso ausstattet. Das ist interessant. Weiterhin ist interessant, dass Opel den Adam nicht mit einem Dieselmotor anbietet, sondern mit drei Benzinern, die von 70 bis 100 PS haben. Wir haben hier den 1,4 Liter 100 PS Motor in dem Auto. Es gibt dann darüber hinaus, das ist auch interessant, bereits ab Werk, einen Opel Adam mit Gas. Gas ist ja ein hochinteressanter Treibstoff, der preiswert ist und wenn man das direkt ab Werk bekommt, macht das natürlich Sinn, wobei das auch immer aufpreispflichtig ist. Man muss also eine gewisse Menge an Kilometern fahren. Zu dem Opel Adam, das ist das typische Auto für junge Leute, für als Zweitwagen erst klein und wendig, in der Stadt gut zu fahren und ist natürlich vorrangig ein Zweisitzer. Mit hinten zwei Notsitzungen. Also Kinder können hinten ganz gut sitzen, aber eigentlich möchte man es niemandem als Erwachsenen zumuten. Der Kofferraum ist auch natürlich kein Wunder. Ein bisschen ärgerlich ist, dass er eine extrem hohe Ladekante hat. Es gibt auch hier wieder, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Varianten mit diesen Ausstattungspaketen. Wir haben den Slam, das ist eines der besten Ausstattungspakete, wo sehr, sehr viel drin ist. Preislich geht der Adam bei 11.500 Euro los. Unserer hier als Slam in der 100 PS Variante startet bei 16.100 und dann kann man natürlich, wie gesagt, noch einiges dazu packen, wobei der Slam schon sehr, sehr gut ausgestattet ist. Aber nun wollen wir ihn mal ein bisschen fahren, ausprobieren, wie verhält er sich. Und ich habe schon damals bemängelt, dass er eigentlich zu viel Sprit verbraucht. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt erfahren. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt machen. Dieses Auto bin ich jetzt die ganze Zeit gefahren. Ich muss sagen, er macht Spaß. Er ist pfiffig, er ist handlich, wendig, auch spritzig genug mit den 100 PS. Es ist keine Rennmaschine, logischerweise. Aber er macht seine Sache gut und interessant ist auch, nicht nur in der Stadt, sondern Sie können mit dem Auto wunderbar auch auf der Autobahn längere Strecken fahren, wenn man es nicht ganz so eilig hat. 150, 160, der Motor brummt freundlich vor sich hin, ist nicht störend, ein angenehm zu fahrendes Auto. Was interessant ist, er ist ja in erster Linie als Stadtwagen konzipiert. Er hat einen Knopf, da steht City drauf, das ist der sogenannte City-Modus. Hochinteressant, speziell für die Damen, aber sicherlich auch für viele Herren. Wenn Sie den Knopf drücken, dann können Sie beim Einparken quasi mit einem Finger das Lenkrad drehen. Es geht extrem leicht. Apropos Lenken und Lenkrad, insgesamt ist die Lenkung mir etwas zu schwammig. Also nicht direkt genug, da hätte ich gerne etwas mehr Wiedergabe von den Verhältnissen, aber auch das ist nicht dramatisch. Das Fahrwerk ist klasse. Er hat nicht das Go-Kart-Feeling, muss man auch dazu sagen, aber ein wirklich schön zu fahrendes Auto. Platzangebot überschaubar, das hatte ich schon gesagt. Was nach wie vor leider nicht gelöst ist, ist das Verbrauchsproblem. 7,4 Liter hatten wir jetzt im Durchschnitt und ich bin durchaus ökonomisch gefahren. Also nicht volle Pulle und nicht nur Autobahn oder Stadtverkehr, sondern auch Landstraßen. 7,4 Liter ist einfach immer noch zu viel. Ich werde das nochmal erkunden, wenn ich das Auto zurückbringe. Was ich gehört habe, heißt, dass hier in diesem Jahr neue Motoren kommen sollen. Denn diese Motoren hier, Ecoflex-Motoren, sind ja nicht mehr auf dem allerneuesten Stand der Technik. Sie machen wunderbar ihre Arbeit. Aber wie gesagt, der Verbrauch für so ein kleines Auto, 7,4 Liter, das ist nicht angemessen. Ansonsten angemessen, Sie haben innen erstmal ein sehr schönes Ambiente. Sie haben nur wenig Knöpfe. Man kann sich ganz, ganz schnell zurechtfinden und orientieren, was sehr, sehr angenehm ist. Sie haben eine gute Sitzposition. Ja, die Rundumsicht, also ich würde immer bei diesem Auto die Parkpiepser dazunehmen. Das macht absolut Sinn beim Einparken, weil man mit dem Auto ja auch in relativ kleine Parklücken fahren kann. Aber halten wir fest, Opel ist es gelungen, mit dem Adam, wie er so schön heißt, anzufangen, sich ein neues Image zu verpassen. Der Adam verkauft sich sehr, sehr gut. Schon über 10 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge der Marke Opel sind dieser Adam. Und hier erschließt man sich A, ein Käuferklientel, vor allem auch bei jungen Leuten, die dann mal aufsteigen und möglicherweise bei Opel bleiben. Und B, zum anderen, dass viele Leute verblüfft sind und ganz pfiffig sagen, das ist ja halt ein Opel. Also ganz erstaunt. Das ist schon verblüffend, wie sich da etwas festgesetzt hat, was für Opel im Moment nicht mehr so toll ist. Aber mit diesem Auto sind Sie auf einem guten Weg. Ein prima Auto, es macht Spaß, Preis-Leistung stimmt, Platzangebot ist okay und er ist einfach niedlich. Ich bringe jetzt das Auto zurück. Liebe Zuschauer, ich bin zurückgekehrt an den Georg-Brauchl-Ring zu der Firma Wickenhäuser und bringe den Opel Adam zurück. Ich habe Ihnen ja schon einiges über das Auto erzählt. Ich wollte natürlich ein paar Fragen und mein Gesprächspartner Dennis Michel, hier zuständig für den Verkauf von Opel unter anderem, hier gibt es ja eine ganze Reihe von Fabrikaten, wird mir ein paar Fragen beantworten. Zunächst mal, Opel hat ja unstrittig ein Imageproblem. Man hat irgendwie es verpasst, rechtzeitig auf einen anderen Zug aufzuspringen, man arbeitet vielfach dran. Dieses Auto, das es ja nun seit gut einem Jahr gibt, ist ja sozusagen mit der Einstieg in eine andere Generation Lifestyle, ist so das Stichwort. Nach gut einem Jahr kann man ja so ein bisschen Resümee ziehen. Gelingt es Ihnen auch damit, neue Käuferschichten zu erwischen? Absolut. Also das Auto, gerade speziell der Adam, zieht auch viel junge Kundschaft. Es ist ein sehr individuelles Fahrzeug, wo Sie etliche Variationen durchführen können, vom Dach bis zur Innenapplikation. Die Felden können anders gewählt werden. Also eine irre Bandbreite an Möglichkeiten. Das wird auch genutzt von den Käufern. Also man macht sein Auto ganz individuell. Ich habe mir die Aufpreisliste mal angeschaut. Es ist so verwirrend und so irre, dass man Hilfe braucht, um zurechtzufinden. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass ich sage, das ist mein spezielles Auto. So gut wie kein anderer hat genau diese Konfiguration. So ist es. Ja, also fast jeder Adam, der bestellt wird, ist ein individuelles Fahrzeug. Es gibt momentan vier Motor-Varianten. Das sind drei Benzin-Varianten, 70, 87 und 100 PS. Und dann eine Autogas-Variante, 1,4 Liter mit 90 PS. Das ist quasi die Alternative zum Diesel. Und die kann ich so ab Werk bestellen? Mit der Ausrüstung ist dann der Kofferraum noch kleiner oder, ich meine, der ist ja jetzt schon nicht zum Totland. Der wird dann noch ein bisschen kleiner. Der Ersatztank kommt am Ende für das LPG rein. Ich bin jetzt mit 7,5 Litern gefahren und ich bin sehr ökonomisch gefahren. Also ich habe immer diese Öko-Taste gedrückt gehabt. Und zum anderen habe ich also nicht, obwohl er eigentlich auch manchmal reizt, ihn ein bisschen mehr zu scheuchen, bin ich sehr zivil gefahren. Und ich finde, das ist zu viel. Nun habe ich irgendwo gelesen, es kommen demnächst neue Motoren. Denn das ist ja, muss man fairerweise sagen, ein Motor, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat. So ist es. Also wir bekommen ab dem Spätjahr 2014, bekommen wir zwei neue Motor-Varianten. Das ist ein 1 Liter Benzinmotor, ein Direkteinspritzer. Drei Zylinder. Drei Zylinder, jawohl. Mit 90 PS oder 115 PS. Und da wird es dann natürlich so sein, dass der Verbrauch deutlich sinkt. Ich habe im Internet gelesen, dass dieser Motor von Opel gemeinsam mit irgendwelchen Chinesen entwickelt wird. Stimmt das? Das ist richtig. Also es ist ein Kooperationsprodukt, wo wir quasi in die Schublade greifen und sagen, wir nutzen das gemeinsam. Okay. Was mir noch fehlt, ist eigentlich einer, der noch ein bisschen mehr Musik, weil das Auto macht Spaß. Und ihr habt ja auch immer im Hinterkopf ein bisschen Mini. Ja. Und Mini hat natürlich auch Autos mit enorm viel Leistung. Und der ist mit seinen 100 PS kein müder Hund, aber ist auch nicht ein Sprinter. Also kommt da demnächst nochmal was mit einem stärkeren Motor auch. Also wir haben jetzt angekündigt die 115 PS als stärkste Motorisierung ab dem Spätjahr. Ja. Bis jetzt gibt es noch nichts, aber ich gehe davon aus, dass Opel da bald nachzieht und spätestens Mitte 2015 dann auch noch eventuell eine OPC-Variante. Das sind reine Spekulationen jetzt aber. Können Sie ungefähr abschätzen, wie viel Prozent Ihrer verkauften Opel der Adam ist? Ist es egal, in welcher Ausstattung? Ungefähr. Ungefähr. Das werden bestimmt 8 bis 10 Prozent. Okay. Werden das bestimmt ausmachen an Komplettverkaufen. Also das spielt schon eine große Rolle. Definitiv. Prima. Ja, Herr Michel, bedanke ich mich herzlich. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Verabschiede mich. Bleiben Sie gesund und munter. Fahren Sie vorsichtig. Denken Sie daran, jetzt blendet die Sonne häufiger. Auch wichtig, darauf zu achten. In diesem Sinne, Montag, Donnerstag, 20 Uhr, 3G. Tschüss und auf Wiederschauen. Das war 3G mit Uli Gerhard. 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 Vielen Dank.